Oh ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Fühle ich. Ich mache es mittlerweile nicht mehr, seitdem ich wieder hier wohne. Ich meine, ich bin noch 27. Wäre schlimm, wenn sie es machen würde. Aber als ich damals noch 15, 16, 17 war, 18 oder... Boah, ich weiß gar nicht, ob sie das dann noch gemacht hat. Nee, nee, so spät hat sie es auch nicht mehr gemacht. Boah, keine Ahnung, aber ich fühle das auf jeden Fall trotzdem. Wenn du ein paar geschippt hast und es funktioniert. Oh, das war beim Peach. Da habe ich gerade Peach gerettet gehabt. Danke, Knoppers, danke, Moritz. Mama, ich bin live, kannst du es später machen? Ja, Mann. Leute, ich habe einfach vergessen, das On-Air-Schild anzumachen. Und meine Mutter ist jetzt schon wieder reingekommen. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, Mann, jetzt habe ich es auch kapiert. Wenn du deinen eigenen Witz unglaublich lustig findest, du aber die Einzige bist. Oh, Mann, das ist so traurig, Leute. Das ist halt einfach wirklich immer so. Es ist einfach super traurig. Es ist einfach wirklich so. Tja, Leute, es ist einfach mein Leben. Die meisten finden meine Witze nicht lustig. Beispielsweise André hat nicht mal gecheckt, dass ein Witz war. Emily wendet. Ja, Mann, wer ist Emily? Hier muss Nessie stehen. Nessie ist gewendet, nicht Emily. Oh mein Gott, Michael. Nicht mal irgendwas dazu geschrieben, weil ist schon Meme genug, das Bild. Dieses Bild gerade eben. Okay, nächstes Bild. Türsteher, Nessie. Ihr dürft dabei sein. Kommt zwei Elektronen zur Party? Kommt ein Neutron zur Party? Sorry, nur zu geladenen Gäste. Achso, plus und minus kommt rein. Aber nö. Oha. Nein. Jeder kommt rein. Jeder kommt auf meine Party. Du zu deiner Mitschüler, deiner Mitschülerin, wenn ihr beim Lehrerzimmer was holen sollt, aber er sie klopfen soll. Nein, ich will nicht klopfen. Auf keinen Fall. Du, wenn deine Mitschüler dich für deine Tat abfeiern. Boah, ich finde das irgendwie voll schlimm, wie ich es so gemacht habe. Das sieht voll arrogant aus irgendwie. Du, wenn du bei der Gruppenarbeit eine gute Note bekommst, obwohl du nichts gemacht hast. Oh mein Gott, ja man. Ist mir selten passiert, aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Ist mir sehr, sehr selten passiert. Naja. Wenn du FIFA spielst und mal wieder den Controller gegen die Wand geschleudert hast und du dir einen neuen kaufen musst. Wenn du mal wieder voll bist. Ne, selten. Aber oh mein Gott, was ist das für ein Blick bitte? Wie gucke ich hier? Programmieren, Rernessi. Software kaputt spielen. Hä, wann habe ich denn so geguckt? Hä? Wann habe ich genau so geguckt? Verstehe ich nicht. Oh mein Gott, ich gucke jetzt gerade so. Okay, ja gut. Huch. Wenn jemand während des Bosskampfes einen Schrei auslöst. Das ist einfach mein Lieblingsmeme. Es ist einfach das beste Meme, das es einfach gibt. Genau so gucke ich morgen früh. Oder nein, so gucke ich heute Abend. Und wenn ich merke, oh no, ich bin doch nicht früh schlafen gegangen. Hupsi. Wenn deine Mutter eine Wäsche anschmeißt, aber du vergessen hast, ihr deine Wäsche zu geben. Ja, das ist wirklich blöd. Fühle ich den. Fühle ich den zurück. Ist mir vor Silvester passiert. Und dann kamen Flo und Sarah zu Besuch. Ich hatte dann noch mein Bett abgezogen und so. Und dann war mein Wäschekorb einfach so voll. Wie komplett voll. Ich habe es ihr komplett vergessen einfach zu geben. Wenn du gemütlich aufwachst, aber dann deiner Mutter mit dem Staubsauger reinplatzt. Aber es wird zum Glück selten passiert. Wenn dir auffällt, dass du die Mütze noch andern musst. Oh mein Gott. Oh doch, ich habe die Mütze geändert. Ich habe gedacht, ich habe es schon wieder vergessen. Hupsi. Ja. Hupsi. Pink wendet. Geil. Nessi, kurz bevor sie platzt. Als ob ich platzen würde. Halt, nein, stopp. Deine Freunde, wenn du ihnen erzählst, dass du den Wendler hörst. Mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Puh. Boah. Ach, Quatsch. Hier dieses EGAL. Finde ich mega geil. Also wirklich, ich feiere das. Das ist voll der Ohrwurm. Also er hat doch eigentlich alles richtig gemacht. EGAL. Wenn du als Imposter mit deinen Mitspielern abrechnest. Ich habe mit Torben Thorsten immer noch eine offene Rechnung, Leute. Wenn du bereits am Tag in Feierlaune bist. Aber seht ihr das? Man sieht meinen Mund nicht und es sieht so einfach aus, als ob ich nicht lache. Oder ich war konzentriert. Das könnte auch der konzentrierte Blick sein. Hä? Hä, wie habe ich das gemacht? So. Hä? Ne. So. Ah. Hä? Ich check es nicht, wie ich das gemacht habe. Guck mal. So. Ne. So. Ey, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Das funktioniert physikalisch gar nicht. Benni, 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 Maurice, Maurice, ich bin tot. Ah. Wenn eine Lieblingsserie abgesetzt wird. Ah. Leute, ich gucke gerade, ich gucke gerade Sabrina. Anastasia hat gesagt, das ist die letzte Staffel von Sabrina. Ah. Traurig. Wenn du mit nackten Füßen auf Legostein, oh mein Gott, das tut so weh. Das tut einfach nur weh. Okay, wenn du mit nackten Füßen auf Legostein läufst und du weißt, was für ein Schmerz dich erwartet. Wenn du dir einen Horrorfilm mit voller Lautschecke mit Kopfhörern anschaust. Oh mein Gott. Wenn du keinen Brief von Hogwarts bekommen hast. Ah. Traurig einfach nur. Das ist wirklich traurig, Leute. Ich habe einfach immer gehofft, wenn ich noch jugendlich bin, dass ich so einen Brief bekomme. Nicht nur von Hogwarts, sondern, dass ich herausstelle, dass ich eine Zauberin bin, eine Hexe, eine Fee oder sonst irgendwas. Irgendwas magisches. Elfe. Wie auch immer. Hätte mich sehr gefreut, aber ist leider nicht so gekommen. Ich habe leider nie so einen Brief bekommen. Immer diese Muggel. Ist so. Detlef nennt mich auch immer Muggel. Bin leider ein Muggel, Leute. Wenn deine Eltern einen blauen Brief bekommen und du es deinen Eltern erklären musst. Oh mein Gott. Angst, Potter. Träume weiter. Wenn du nicht checkst, dass du Imposter bist. Da, okay, aber da habe ich es schon gecheckt, ne? Also da, bei diesem Blick habe ich es auf jeden Fall verstanden. So, ich bin Imposter. Ich bin Imposter. Ich bin Imposter. Ich bin Imposter. Wenn du weißt, dass dir Völkerball im Schulsport spielen wird. Oh, ich hasse Völkerball. Du, wenn du mal wieder im Schulsport als erstes gewählt wurdest. Ich wurde nie zuerst gewählt. Besonders, weil ich in den Bundesjugendspielen halt auch nie irgendwie so einen Pokal bekommen habe. Oder diese Urkunde oder sowas. Ich glaube, ich habe immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen. Weil ich konnte nicht weit werfen. Ich konnte nicht weit springen. Ich konnte auch nicht schnell laufen. Ich glaube, ich wurde einmal zuerst gewählt oder so. Das war aber ganz selten. Wenn dein Lehrer, deine Lehrerin dir sagt, dass du gerade Pause für Toilettengänge hattest. Oh. Deine Mutter, wenn du mal wieder nicht die Wäsche richtig getrennt hast. Oh, oh, ja. Mhm. Wenn du die Farben verwechselst. Oh, no. Oh, mein Gott. Wie ich einfach gekillt worden bin. Oh, mein Gott. Ich liebe den. Ich ziehe den. Ich glaube, im nächsten Stream habe ich ihn wieder an. Ich liebe ihn einfach nur. Voll der schöne Hoodie. Wenn du nach gefühlt 100 Versuchen immer noch nicht gegen Bowser gewonnen hast. Ja. Wenn du traurig bist, dass du schon tot bist. Oh, je, Mine. Ja. Hä? Wenn du schreiend vor dem Impost wegrenzt. Oh, guck mal. Das könnte Flo sein, oder? Oder Maurice? Aber die Maske ist normal immer Flo. Wenn du Fang spielst und du noch keine Leiche gesehen hast. Ah. Wenn dir dein Eis auf den Boden fällt. Oh, mein Gott. Ist euch sowas schon mal passiert? Mir ist zum Glück noch nie passiert. Einfach nur noch nie. Holy moly. Und ich hoffe, das wird mir auch niemals passieren. Aber das kann ich mir vorstellen. Das ist sehr, 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 sehr traurig. Wenn du Angst hast, die anderen würden dir dein Geheimnis von den Lippen ablesen. Also, ich rede dann mal nicht so, sondern so. Hä? Warum flüstere ich? Ich sitze doch in einem Raum. Alleine. Warum flüstere ich? Beziehungsweise sieht es so aus, als ob ich flüster. Hä? Wenn du dich freust, dass du Flo K. Wood kennst. Ja, das stimmt. Aber das Bild dazu check ich nicht. Wenn du in deinem Stream Chris Stream schaust. Habe ich? Ah ja, weil er die ganze Zeit tot war. Das hat mir voll leid getan. Dann habe ich irgendwann mal in seinen Stream reingeschaut. Und habe gemeint, es tut mir wirklich leid, dass du die ganze Zeit in meinem Stream gekillt wirst. Da habe ich wirklich bei seinen Stream reingeguckt. Aber nicht zum Stream snipen, sondern einfach nur, um mich zu entschuldigen, dass meine Community ihn die ganze Zeit killt. Ja. Das hat mir wirklich leid getan. Wenn du dich darüber aufregst, dass die Streamer sofort sterben und sagst, von wegen Ehrenmods. Ja, das war genau der Stream. Wenn du dich darüber lustig machst, dass Flo Technikprobleme hat. Die Nessie ist mal wieder auf Gönnerbasis unterwegs. Als ob mich ich freuen würde, wenn Flo Technikprobleme hat. Aber das Ding ist, Flo hatte keine Technikprobleme, sondern Sarah. Und ich war so, Sarah Technikprobleme? What? Aber die wohnt doch mit Flo zusammen. Hä? Das geht doch gar nicht. Wie kann man Technikprobleme haben, wenn man mit Flo zusammen wohnt? Hä? Wenn du nicht willst, dass jemand stirbt. Oh, ja. Oh, die arme Sarah ist gerade umgebracht worden vom Happy Man wahrscheinlich. Und der Michael ist dazu gekommen und ist so, oh mein Gott, was passiert hier? Die arme Sarah. Wenn du in einen Nessie-Stream gehst und alle dir hi schreiben. Hi, 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 hi. Hey, ja, nice. Lieber einfach. Voll cute einfach. Ihr Cuties. Wenn dein Imposter sich rausreden will, Nessie aber nein sagt. Nessie aber tot ist. Ja, Mann, ey, so. Leute, seht ihr das hier schon wieder? Beide haben gestreamt. Chris und ich. Beide instant tot. Alle anderen am Leben. Und das ging halt in dem Stream die ganze Zeit. Ich weiß noch, wer in der Runde Imposter war. Ich habe das nämlich als Stream-Highlight hochgeladen. Beziehungsweise nicht hochgeladen, sondern geschnitten. Falls ich sowas nicht im Stream sehe oder Stream-Sniping nicht im Stream erkenne, spätestens im Schnitt erkenne ich das. Nur so zur Info. An alle, die bei mir im Stream mitspielen und Stream-Snipen beispielsweise. Ihr kommt nicht mehr rein. Also ich setze euch auf eine Blacklist, ihr kommt nicht mehr rein. Weil das unterstütze ich nicht. Das finde ich einfach asozial. Wenn du versuchst, dich zu rechtfertigen. Ja, Mann. Steuer. Wenn du denkst, dass du getötet wurdest. Oh, ja, man ist so. Oh, mein Gott. Da wurde jemand reportet. Aber ich denke jedes Mal, dass ich, keine Ahnung, gleich Ripp bin. Wenn Emily süß ist, obwohl sie nicht gebandet ist. Hä, und warum ist sie dann süß? Das verstehe ich nicht. Und warum gucke ich dann so komisch? Läuft der Stream schon? Läuft der Stream schon? Läuft er? Seid ihr schon da? Hi, Leute, schreibt der Knopfers. Hallöchen. Hallo? 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 Läuft er schon? Ich glaube, die Person meint Sass. Autokorrektur. Ah, wenn Emily Sass ist, obwohl sie nicht gewendet ist. Ah, das ergibt Sinn. Wenn du auch im Poster sein willst. Ist so. Ist einfach so. Ist einfach traurig, Leute. Ich habe einmal irgendwie, ich glaube, vier Stunden gespielt oder sowas und ich wurde nur einmal im Poster. Wie traurig ist das einfach nur? Das ist einfach traurig. Wenn du den Chat fragst, was du verpasst hast, weil du auf dem Klo warst. Ja, was? Seht ihr da hier? Das ist genau die Runde hier gewesen. Genau die gleiche Runde. Chris noch am Leben. Ich bin tot. Nächste Runde ist Chris tot. Ich habe das alles im Schnitt gesehen, Leute. Wenn du mal wieder auf dem Klo bist. Ja, Mann. Wenn du dein Insta-Story bearbeitest, du dabei schreist, ich bin kein Imposter. Ich bin kein Imposter. Ich bin kein Imposter. Ich bin kein Imposter. Pink has vented. Again. Das ist mühfühlig. Ja, Mann. Ist einfach so. Ich rieche Spaß. Ich sollte eingreifen. Als ob ich so eine Spaßbremse bin. Was geht denn bei euch? Denkt ihr, dass ich eine Spaßbremse bin oder was? Das ist mir zu viel, Mann. Okay. Hiermit erkläre ich die Diskussion für beendet. Talk to my hand. Oh mein Gott. Ich hatte früher mal eine Lehrerin. Die hatte gesagt, ihr müsst einfach Nein sagen. Und zwar so. Nein. Das war so cringe einfach nur. Wenn du mit deiner Lesebrille auf intellektuell tust. Oh mein Gott. Moritz. Wenn du Emily wenden siehst. Oh mein Gott. Gewendet. 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 Wo ist der Wend? Hier. Da ist der Wend. Partyhüte. Nessie. Wenn sie mal wieder zwei Partyhüte auf die Stimmung aufkommt. Genau. Das hatte ich. Das kenne ich. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin oben angekommen. Krass ey. Ihr habt einfach so viele Memes gemacht. Zieht euch das mal rein. Oh. Wir sind unten angekommen. Sehr cool. Nessie. 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 Streamen. Mit Chico rausgehen. Ja man. Ist so. Er hat den Ball ja nicht mehr eingelocht. Geil. Feier ich. Wenn Nessie auf ihre Memes reagiert und sie das Meme versteht. Ah. Leute. Geile Memes. Wirklich. Mega geile Memes. Holy 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 moly. nicht alle. ViExplosonene. bientôt. Okay. Nochmal.